Musik Herzlich Willkommen zurück auf dem Eishorn Heute machen wir an der Bergstation der neuen Standseilbahn mal die Einfahrt denn ich habe ja gesagt da wird ein Tunnel sein also müssen wir hier erstmal bisschen Stein und Tunnel auch ausstatten genau ich habe da schon ein bisschen begonnen er ist immer so ein bisschen der Anfang ist ein bisschen schwer dass man drin ist deshalb habe ich euch das mal erspart und was ich euch auch sagen kann ich habe da mal falls ihr irgendwelche alte Lieder hört oder so ich habe da mal wieder eine alte Playlist ausgegraben die habe ich vorher immer verwendet genau die wieder mal ja hier möchte ich jetzt das ist ein building blocks ähm so grau eins ne es beton eher stonebricks der vielleicht ne ähm hm 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 wo haben wir denn die der ist es jetzt müssen wir nur noch schauen welcher besser passt nicht schon dir kopieren wir uns mal die die rotation seltsam aha jetzt da passt es ähm scale den mal ein bisserl nicht zu viel lieber denn da ist mit einer Bildtextur da ist nie gut wenn man zu viel scaled ähm hier hinten sag ich mal machen wir einen kleinen Notausgang der hier drüben durch geht darum möchte ich noch nicht zu viel zeigen denn dort habe ich auch was vorbereitet ihr kennt es immer was vorbereitet ähm genau darum geht es dann auch in einer der nächsten Folgen so machen wir den noch ein bisschen höher ähm genau und dann müssen wir auch hier noch schauen wegen steinen und so das ziel ist wirklich dass man hier möglichst wenig äh äh danach sieht von ups na jetzt da ist er noch äh dass hier ein Tunnel ist von außen genau man soll möglichst wenig sehen ähm ähm soo ja ähm na ich glaube da müssen wir noch ein bisschen hier hin ja ja ist mal okay so für das erste ja hier sieht man auch nicht mehr durch dann kommt ah ne nicht ganz jetzt ähm kommt hier oben noch einer hin kommt hier oben noch einer hin kommt hier oben noch einer hin genau so etwa ähm aber auch da braucht's wir kopieren uns mal den Minus ähm oh ne habe ich einen Fehlung gemacht äh ja gut wenn jetzt der Zug da ist naja ähm ähm genau wo ist denn jetzt da ähm so so ich glaube in einer der nächsten Folge mache ich auch wieder Timelapse dann ist ein bisschen spannender für euch habe ich das Gefühl genau so ähm jetzt ist die Frage ob hier der Zug dran kommt oder nicht ah ne da haben wir genügend Platz so da müssen wir den noch ja so passt etwa ähm dann auch hier oben brauchen wir noch was ähm ich denke mal mit dem da kommen kommen war gut klar ähm wo ist er jetzt ähm hm verschwunden der da ja ähm ähm okay ich sollte ihn vielleicht nicht dreimal zu weit draus schieben es ist immer ein bisschen schwer den richtigen Blickwinkel zu finden bei dem ein manchmal sieht man dann gar nicht mehr recht äh was man jetzt genau macht mit der es kommt davon Stützen ist etwas komisch gemacht das sind wie die Kosten auch ein da muss man vielleicht noch der aktivieren das klingt so nicht so schön finde ich das Gebäude da werden 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 auch noch bisschen verändern und sag ich mal ähm ich glaube es kommt dazu schon wieder oder da ah ne das ist noch weit unten das ist eigentlich recht lang die Strecke wir haben ja da eine Strecke von zwei Kilometern gar nicht mal so kurz naja ähm ich sitze den mal bisschen höher so so auch die machen wir weiter da hier ist nun habe ich noch schnee ne dann können wir da nämlich Wandpainten so müssen wir nämlich danach gar nicht ähm sag nochmal ähm wie die Strecke von die Strecke von dann oder dann die Strecke von dann das dann eine Schwille hat eine kleine machen wir es noch ein bisschen deutlicher und tun dann hier irgendein Ding hin Willing Panels Schotter am Snowing Ach da hat es auch Schneedinger die werden wir vielleicht noch gebrauchen Ach das ist so einer Ich glaube wir machen das so die Route 90 machen wir hier 90 jetzt und da müssen wir stören V und da und da Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schauen, dass ich es nicht zeige. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, wovon ich rede. Ist gut so. Genau, dann machen wir wieder zu, dann müssen wir mal schauen wegen den Steinen. Genau, hier brauchen wir nämlich auch noch Steine an der Decke. Aber ich glaube, weiter rein machen wir nicht heute, sondern wir setzen jetzt hier mal das Rohr ein bisschen weiter, die Höhle. Ne, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So. Versuchst wir es mal mit dir so Neigung. Das war zu viel. Da haben wir 59, dann schauen wir, dass wir... Okay, ich habe auf die falsche geschaut. Jetzt haben wir 51, ähm... Lachen wir mal auf 48. So, ähm... So passt es etwa. Ja, wenn die nirgends reinkommt. Sieht cool aus, finde ich. Ja, äh... Genau, machen wir noch ein Rohr hin. Ja, wir machen einfach das noch ein bisschen länger bis zum Winkel. Ähm... Da wird es deutlich steiler. Ja, so vom Auge hätte ich gesagt noch ein bisschen mehr. Ein bisschen kürzer. Oh. Ah, doch nicht. Ich dachte gerade, ich habe vergessen, das zu kopieren. Und... Passt nicht. Ähm... Versuchen wir es mal so, so ist es halt ein bisschen ungenau nachher. Jetzt sieht man hier oben ein leichtes Ding. Ah ja, der kommt schon wieder. Der hat aber auch gar keine Zeit zum warten. Das ist eilig. Voll keine Gäste da sind. Genau, dann hier noch ein bisschen mit Steinen auskleiden dann. Und dann wäre... Ja, soweit der Eingang hier oben fertig. Ich frage mich gerade, ob wir hier auch Tunnel machen sollen, aber ich glaube eher nicht. Ähm... Ja, auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Und abonniert doch meinen Kanal, dass wir mich echt freuen. Ähm... Ja, dann noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Tschüss. experiences to so. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020